Ahoi Leute, ich habe jetzt endlich die User-Config für Battlefield 4 fertig. Viele von euch kennen die wahrscheinlich noch von der Battlefield 3 Version. Ich habe jetzt Ewigkeiten daran rumgetüftelt, dass ihr möglichst viel FPS habt und das Ganze dann flüssig läuft. Ja, die Befehle müsst ihr einfach mal googeln. Ich wollte jetzt nicht jeden einzeln erklären. Das sind zwar so kleine Grafikveränderungen, die aber im Game nicht wirklich auffallen, außer dass ihr halt wesentlich mehr Frames habt und das Ganze wesentlich stabiler läuft. Ja, den Link dazu füge ich wieder in die Videobeschreibung ein. Wie ihr das Ganze installiert, ist auch ziemlich einfach. Ihr ladet euch das runter. Geht dann auf eurem Arbeitsplatz oder Computer, steht bei Windows 7. Geht dann auf C, Programme 86, sucht dann da den Ordner Origin Games, geht auf Battlefield 4. Dann habt ihr auch den Ordner, wo die Excel drin ist und da fügt ihr die User-Config einfach ein. Da ich jetzt drei User-Config verschiedene habe auf Mediafire, ist die dritte jetzt, heißt User-Config 3. Also ihr müsst die Klammern auf jeden Fall da noch wegmachen und die drei weglöschen, dass da einfach nur User.cfg steht. Ja, das Ganze fügt ihr ein und dann könnt ihr auch direkt loszocken und ich hoffe mal, es bringt was. Wenn es euch gefällt, dann gebt mir einen Daumen nach oben. Falls ihr noch irgendwelche Änderungswünsche oder so habt, sagt nochmal Bescheid. Ja, das war's dann auch. Abonnieren, liken und so weiter. Ciao.